Ich glaube, der ganze Kader ist voller Schlüsselspieler, wenn man ehrlich ist. Und wenn man sieht, wer da nicht nur auf dem Platz steht, sondern da auf der Bank sitzt aktuell, da sind Jungs bei, die standen noch im Champions-League-Finale vor zwei Jahren und haben das Finale gewonnen. Und wenn man jetzt aber trotzdem sieht, sie muss ja jetzt eine Entscheidung treffen. Ich glaube, sie haben sechs Neuzugänge dazu geholt im Januar und durften jetzt nur drei nachnominieren. Aber wenn man dann halt sieht, dass Joao Felix wieder jetzt auch aufgetreten ist, beispielsweise in dem Spiel damals gegen Fulhelm in seinem ersten Einsatz, glaube ich, und dann das Spiel jetzt gegen West Ham, mit welcher Leichtigkeit er immer wieder die Position wechselt und die Mannschaft ihn trotzdem findet und ihm immer wieder den Ball gibt. Dann mit Enzo Fernandes haben sie jemanden geholt, der Jorginho ersetzt hat auf der Position, der ein extrem wichtiger Spieler für sie im Spielaufbau war. Und wenn man jetzt halt auch sieht, nicht nur der Assist am Wochenende, sondern halt auch die Art und Weise, wie häufig diese Spieler an den Ball kommen, kann man schon sagen, dass es absolute Schlüsselspieler sind. Und dann haben sie jetzt Modric noch dazu genommen. Das ist der dritte Spieler, der jetzt nachnominiert wurde, der besonders bei Schachtjo in der Champions League natürlich schon richtig gute Phasen hatte auf dem Flügel. Ja, und deshalb, das wird keine leichte Aufgabe für uns, weil wir wissen, mit welcher Qualität sie kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie für irgendwelche Spieler ein bisschen Geld ausgegeben haben, sondern sie haben absolute Topspieler dazu geholt. Und das ist eine Topmannschaft aus England, die jetzt nochmal sich top verstärkt hat und deshalb brauchen wir eine herausragende Leistung für morgen.